Einheiten wissen ja immer, wo sie hin sollen. Muss das eben so gehen. Ach geil, ich wollte auch nur, dass alle Fakt haben. Und hier nicht gleich einen atomaren Krieg heraufbeschwören. Das eine hängt wieder mit dem anderen zusammen. Zurückziehen. Oh, ich verliere gleich wieder 20. Ich soll einfach erstmal stehen bleiben, bevor sie überhaupt noch auf die Idee kommen, sich vorwärts zu bewegen. Und sich dann gegenseitig total blocken, dass es überhaupt nichts mehr geht. Und ich verliere die Einheit. Ja, geil. Komm, hat doch eh keinen Sinn. Macht sie platt. Die werde ich nicht mehr los, du. Na, macht sie halt platt. Oh, das sind doch bloß so ein paar verfickte Panzer. Nein. Ich will euch doch gar nicht abwählen. Na, guck, macht sie platt. So, jetzt Rückzug. Nur drei Einheiten. Halt, Moment. Ich brauch noch einen. Du bist... Ist irgendeiner auch keiner Gruppe mehr zugewiesen. Nein. Das ist schon wieder... Sie kann sich ja auch gleich sofort immer aus der Gruppe zurückziehen. Das ist... Nicht schön, nicht schön. So, erst mal alle Rubrieren schicken. Okay, also mir fehlen... Okay, also mir fehlen... Drei Einheiten. So, gut. Und ich brauch das Artefakt noch. Ah, ich brauch dieses Artefakt. Aber es... Das eigentliche Ziel, was ich eben vorhatte, hab ich nicht erreicht. Nein, nein. So, also... Aber ich weiß jetzt, dass ich das seitlich in die Basis ran will. Und da die Fabrik erst mal plätten muss. Fällt mir ein, wo ist überhaupt die Luftangriffe? Ich hab mich auch schon lange nicht mehr gehabt. Was ist denn aus denen geworden? Haben sie die Luft aufgelöst? Die Luftanhalte haben sie die Luftangriffe gelöst. Gott, hab ich die Witze drauf. Das ist der Wahnsinn. Ich hab auf Anhieb den richtigen genommen. Ja. Ich staune mich sogar bei mich selbst. Da wohl jetzt er weg, ne? Wahrscheinlich. Boah, alle ein wenig schneller. Komm. Das machen die doch mit Absicht, oder? Hey, wir könnten jetzt den ganzen Tag nur im ersten Gang rumfahren, um uns am Kommandeur zu ärgern. Das wär voll lustig. Ach ja. Jetzt hat alles mieser Mistkerl. Alles mieser Mistkerl. Ich soll euch alle opfern. Meinem Gott. Satan. Oh, jetzt krieg ich ganz viele salanistische Abonnenten. Blutorgie. Nächste Woche Dienstag. Äh, was? Scheiße. Am Ende glaubt es noch jemand. Und kommt wirklich nächsten Dienstag. Aber ihr wisst nicht, wo ich wohne. Oh, Moment. Das soll ich nicht zu laut sagen. Vielleicht gibt's ja doch den einen oder anderen, der es herausgefunden hat. Gleich hast du es geschafft. Gleich. Ja, komm. Bist du da. Da war ein Panzerbien. Na, ha, ha, ha. Pech gehabt. Fahr den Weg doch nochmal. Na, nimm's schon auf. Mittlerer Rumpf Panther. Ich brauch keinen mittleren Rumpf. Ich brauch einen... ...unglaublich schweren Rumpf. Unglaublich unmittelig. Unrund. Der eiert. Na, nu. Was denn nu los? Ich glaub, ich hab Unmucht. Ja, da müssen wir löten. Ich muss nicht, ob meine Baufahrzeuge abgeblieben ist. Ach da. Euch könnt ich auch mal ersetzen. Euch drei billigen Dinge, ha. Genau, euch ersetze ich jetzt erst einmal. Können Baufahrzeuge befördert werden, glaube ich nicht, oder? Nein. Haha, unwahrscheinlich. Recyceln. 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 Hey, nein. Moment, 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 Moment. Ist das die falsche... ...hab ich jetzt den falschen Recyceln? Scheiße, ich glaub schon. Kacke. Nö. Nö, passt. Passt alles. Das passt. Produktion abgeschlossen. Nein, das passt nicht. Ich muss noch einen bauen. Irgendwo hab ich jetzt einen Fehler gemacht. So, macht mal Platz hier. Ich befürchte, ich werd's nochmal brauchen, den Platz. Ist der MG-Schüsse? Produktion abgeschlossen. Will ich mir jetzt bestimmt nur ein. Produktion. So, war der letzte auch noch fertig? Nö, wir brauchen noch zwei Wochen. Wir machen jetzt erst mal Sommerpause. Ihr könnt euch mal. Ich fühl uns in Krieg ohne euch, so weiter. Wir haben Urlaub. Weakend. Trinken wir etwas heißes Wasser. Mit einem Schuss Milch. Oh, Moment. Das war jetzt wieder was anderes. Okay. Schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Oh, Artillerie. Der Gegner ist so kreativ in seiner Einheitenwahl. Das glaubt man kaum. Egal, da steht nimmer viel. Und doch Lancer. Oh Gott, ich seh Lancer. Oh, scheiß doch die Wand an. Nein. Sag jetzt nicht, mein Commander verpisst sich. Oh, geil. Die helft mal ein. Nein, nein, verpisst sich jetzt dann erst mal, weil der Commander... Oh, ja. Fickt euch. Warum stehen die scheiß Commanders auch immer ganz vorne an der Front? Warum? Das ist doch... Schwachsinn. Nein, das macht Sinn. Du verstehst dich noch nicht, weil du ein dummer Idiot bist. Ich glaube es gleich. Hopp macht... Ach, nein, nein. Der Berg des Todes. Ihr könnt ihn unmöglich bezwingen. Ich muss dir schon kommen. Ich verliere gleich noch ganz viel. Oh, macht halt erst mal... Ach, ihr seid doch selten, dämliche Vollidioten. Ich habe Speichert vorher, ne? Ah, kill diesen scheiß Turm. Und jetzt die Fabrik noch. Kommt, die Fabrik schafft er noch. Vergiss es, das schaffen die nie. Vollidioten. Dämliche. Na komm, wenigstens das Ding könnt ihr noch kaputt machen. Bis zum nächsten Mal. Hopp zurückziehen. Fall hier zurück, ihr Idioten. Demi mal Kommandos noch. Oh, geil. Fast die Helft meiner Einheiten verloren. Warum? Mischlinge Rümpfe für Fahrzeuge, keine Ahnung was es bringt, aber klingt interessant. Fahrzeugkischung abgeschlossen. Verglich mit langsamen... Nee, mit Cobra. Welchen Rümpfe starte ich in meinem Mund dann aus? Python. Ist schwächer. Deutlich schwächer. Nö, ich bleib bei Python. Ich setze auf übertrieben schwere Panzerungen. Naja, wenigstens sind mein Commanders noch ganz. Geil. Richtig, richtig geil. Das heißt, ich darf jetzt wieder ganz viele Einheiten bauen. Wie viel brauche ich denn? Oh Gott, sechs, sieben... 14. Geil. Geil, geil, geil. 14. Das heißt also, ich baue da zwei. Da zwei. Da zwei. Da zwei, dann habe ich gerade mal acht. Ja, ich kann bis 18. Da staunt ihr was? Äh, noch ein Panzer. Noch ein Panzer. Noch ein... Das macht gerade mal zwölf. Ich kann doch nicht wirklich so viele Einheiten verloren haben. Sechs. Sieben macht 13. Nein, ich habe bloß 14 verloren. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ich glaube, ich werde nie wirklich Einheiten recyceln. Meine Einheiten sterben vorher alle. Ich bleib's gleich. Äh, halt. Stehen geblieben wird. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Wann denn? Ach, komm. 14, 14. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Nicht. Glaube ich. Ach, ich weiß ja, Hände ist zu. Das ist viel spannender. Das ist viel aufregender und actiongeladen. Das brauchen noch fünf Stück. Da haben wir schon mal einen. Wähle den richtigen Commander. Äh, nein. Äh, wo ist denn der andere? Ach, da. Aha. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe zu viele Fabriken gebaut. Oh Gott, sind die schnell. Naja, jetzt habe ich wieder eine schöne Armee. Wie ich gleich wieder zerrackstücken werde. Yeah. Ich bin so schlau. Oh, was? Cyborgs? Heute? Nein. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Oh, ja.